Ja, Mann. Ja. Wenn meine Pickaxe weg ist, habe ich kein Glück mehr. Ich frage mich, wieso du einfach gestorben bist. Nee. Was musstest du versaubern, um die zu bekommen? Keine Ahnung. Locker sieben Ficken oder so. Ja. Ja, 8%. 4%. Ja, 3%, beeindruckend. 2%. Oh, 1%. Okay, man muss es übertreiben. Kann man auch. Oh, ja. Null. Unfähr, wir müssen noch ein Prozent machen. Okay. 2%. Wow. Äh. Wait a second. It's not. Merry Christmas. Oh mein Gott. Let's cool this place down. Lol. Es fängt an zu schneiden. Yo. Yo. Guck dir das Logo an. Das vereist dich gerade. Yo. Yo. Alter. Das vereist einfach. Yo. Fäder. Warte, die Lobby auch? Nee, die Lobby nicht. Doch, die Lobby auch. Guck mal, die Berge. Da hinten. Da wird zu Eis. Yo. Der Brun. Yo. Wird kaputt gemacht. Alter, da kommt, guck mal. Das Logo. Alles geht kaputt? Ja. Komm mal nach hinten, alles geht kaputt. Das soll... Lol. Ja, wir sollten nicht kaputt gehen. Äh. Ich weiß nicht. Warum geht der Brun kaputt? Ich steh auf. Dann steh ich ihn im Brun. Hä. Gleich kommt er so wieder und dann wirst du... Da wirst du so eingebaut. Ähm. Rippon. Ich glaub, das sollte nicht kaputt gehen. Ah, das Heilflug sieht aber geil. Vielleicht muss ich etwas richtig krasses. Das Heilflug sieht episch aus. Mhm. Guck mal, so kommen wir mit Heizzapfen. Glaublich kommen wir auch. Ah, much better. Well, now that's so... Let's decorate the place. Lol, jetzt verrat sich auch. Ein Weihnachtsbaum. Wie cool. Es wird ein Weihnachtsbaum. Lol. Guck mal, die ganzen Häuser auch und so. Die werden jetzt auch gemacht. Ja. Oh, die Berge. Warte. Und das Schloss? Das Schloss. Ja, und das Schloss auch. Ja, ich seh's. Die Candys... Candy Canes are my favorite. Ich glaub, die Bäume. Wenn jetzt Candy... Das ist kein Stamm. Wie auch immer die das gemacht haben, das ist richtig nice. Das ist... Der Server muss dann noch nicht mal down... down gemacht werden. Heim, hey, Clip. Ich mach auch grad schon Clip. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Das sieht geil aus. Das ist... Coming... Better nicely. Jetzt wirst du eigentlich noch blend... Oh, it's coming together nicely. Look at Kirsten. Alba. Ja. Anyone else hungry? Ja. Kannst du mir das zu essen geben? Ja. Warte, Highflow verändert sich nochmal. Hä? 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 är wird's auch wieder zum alten oder was? Äh. Ich hab das bloß so ein bisschen, glaube ich. Oh, guck rüber. Oh, no, no flex. Maybe I'm left over here. Ja. Okay, das... Das ist echt nice gemacht. Ja, der Weihnachtsbaum. Ja. Oh, nice, nice, it's beginning to look like, to look a lot like Christmas, my God, I love it, oh my God. Schneid doch schon, aber nicht so viel, nur ein bisschen. Yo, das Heiflobo. Oh, da sind ja noch Schneeflocken dazugekommen, hab ich gar nicht gesehen. Das Logo, das Logo geht wieder, 3, is looking so good. Das sieht irgendwie so aus, als ob das gerade jemand PIN bauen würde. Ich so. Alters, das haben sie richtig gut gemacht. Wahrscheinlich bauen sie gerade auch. Ja, genau. Einfach so bauen. So jeder Block wurde mit dem Z-Blockbefehl gemacht. Das wäre super gut, wenn es so unmöglich. Ja, das Schloss sieht auch geil aus. Das hat, oh, ja. Heif kommt jetzt noch gleich. Oh, hier, guck mal, guck mal, das musste hier auf dem Boden. Das verändert sich auch gerade. Ja. Die Blöcke sind gerade erst dazugekommen. Gott, ich muss mich ab. Gott, ich muss mich ab. Ich muss mich ab, ich muss mich ab, ich muss mich ab. Ja, ich muss mich ab, ich muss mich ab, ich muss mich ab, ich muss mich ab. Das stimmt. Ach so, hier ist ja auch einer, hab ich gleich gesehen. Nearly done. Wahrscheinlich kommt gleich noch so. Irgendwas Großes wird noch kommen. Now it's fine, naja. Now it's fine, naja. Irgendwas kommt noch. Now it's fine, naja. 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 So was suchen, wie letztes Weihnachten mit den Rentieren. Ja. Just final touchedest du. Nee, also, ich glaube, irgendwas Großes wird noch kommen. Ah, kurz, nee. Der hast gerade jetzt hier geröntet, komm. Ja? Ah, ja hier kommst, nee. Dann kommst, äh, wahrscheinlich wieder so ein wohnen, wo man sich n'kasten verdienen kann. Ist ja was hat der hier? Fand ich jetzt nicht so low, äh, so low, so schön. Oh 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 oh. Oh 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 I love it. I love it. Oh 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 oh. Das ist heilhaft. Nice done. das ist doch blätter dazu das ist auch noch da kommt noch irgendwas großes ach so die häuser haben sich auch verändert komplett alles das ist doch schon mal eine weihnachtsstörung ja hier baut sich hier braucht sie noch einer auf ja wenn man erst mal ein schloss reingeht komm mal rein warte der wiko fein orte press ist vor special preis ich wusste es aber hier sind eins und wenn sie das erste okay das suchen hoch dass sie meistens welche okay das so 80 ist sogar das kostüm das kostüm sieht da steht ja immer direkt am haupt dort also finde ich jetzt schon mal besser als das alte das sieht richtig nice aus ich guck mal beim dings beim christmas tree nach ja war klar beim dings des 1 weihnachtsbaum ich gehe jetzt ganz nach oben kurz ganz toll da könnte auch eins ja ich habe leider fps jobs irgendwie gerade an der lobby und das ist als kostet stört ja habe ich auch nice drops ja ich komme auch noch mal mit aus und mittags schloss sind okay das schloss ja sollen zusammen gehen großen hose okay das wirklich kann dass die teilt dass sie nice aus ja ich bin hab wo so so das war im lassen weihnachtsbaum und namen ja ich sag mal warte mal der leuchtet abwechselt dass wir jetzt das auch gefallen okay ja ja da ist sonst habe ich direkt ich sehe es ja massive brücke nach zum hafen da oben sind ja 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 doch wollte gerade zum hafen gehen aber das ist auch erst seit dem 1.13 update so ja das ist echt ein bisschen nervig davor war das tut die frutti und die meine was soll ich zum hafen oder ich folge dir bis ans ende der welt ich finde es halt cool dass es schneit aber nur so ein bisschen schneit ja das haben sie auch alles gemacht sich jetzt noch neue game mode das sind alle einfach in sind den teddies gott sein ja und links hier ist noch unten beim weihnachtsbäunchen an dem weihnachtsbäunchen ist ein präsent und ein hoher 8 8 ja erzählen doch 11 11 wir haben hier unten ja da ganz vorne ich habe unter jeden weihnachtsbaum ist eins kann das sein ja okay dann ist oben doch noch eine ja ich habe dann weiß noch ein ganz großer weihnachtsbaum gewesen da da ist noch einer rechts müsste schon rein ja ich dachte man kann da hinten auch rein hier kann man auch hinten rein okay dann lass jetzt noch mal zum hafen weil das hier lang aber vielleicht kommt hier ja noch eine seite ein ja da ist noch vier deutsch da ist noch eine nächste spielern aber deutsch ne ach man ich sehe die ganze zeit schon gefunden 1 am hafen also so kenne ich halb nicht am hafen ist kein geschenk ach doch eben so wo jetzt sind drei noch was wir hier waren wir schon aber sind nicht links lang gelaufen das war links lang aber noch hier hinten ja das ist da hinten ist so sehr vereins 100 prozent wir haben jeder den lobby beobachtet hat aber hat das wahrscheinlich jemand gesehen große 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 verloren du bist schön gerade dann hast du auch eingefallen gut kommen wir mal kurz spawnen gehen wir hier noch hoch ich habe ein Grunde springen von ganz oben habe ich noch so ein Weihnachtsbaum gesehen da dachte ich mir schon 1 nur 1 hier ist glaube ich wirklich keins heiß ist komisch da hinten wo sei ich was ich mit dem zeltlager geworden mal lassen wir waren wir doch gerade ja aber wo können wo wenn wir heiß wären wo wäre noch ein versteck irgendwo wir es nicht erwarten kann man mit dass wir mal den weg da hinten ja oh mein gott da haben wir ja das war cool jetzt machen wir das christmas trio der kürze und ich bin der weiße was ne sagt tschüss ich bin der weiße sagt komische menschen so passt uns zur stimmung spielen wir auch die maps no glaube finde ich gut jetzt von mir bärchen trio was machen müssen am weihnachten auf pfeif gehen und winds verschenken als bären also ich bin das bröntchen du bist das bärchen ein bisschen winds verschenken als weihnachtsgeschenk danach gehen wir aber dass das war also heißt was ich aus einfallen lassen auch wenn ich die eltern und owner nicht mehr mag not bad und ich bin hat runtergefallen tja keine ahnung aber ich glaube das ist mein lieblings kostüm das hier auch so geil aus was epic epic you're gonna die from a bear from a bear on the day from a beer das trachentrio gegen das bärchen trio alle drei trachen und wir sind alle drei bär und sie sind blau und wir sind rot ja auch mal an raum hatte ich will auch einmal rüstung mit der informer bär ich hab nicht drunter boxen wenn wir so gut in rom er hat er hat er hat er hat er hat er hat schade kommen wir gehen auf blau also wirklich so geil dass wir einfach drei drachen gegen drei bären haben dann noch rot gegen klaus entweder ich nenne den titel team bärchen gegen team drache oder das pärchen trio ja da ist ja einer mache es nein alter der schwedern schwert danke sein rennt das team drachen genau das team drachen wurde besiegt das team drachen team genau das team genau kleine so gehe ich auch direkt zu grün rüber und ja das stimmt was was dagegen noch mal dran erinnert was heißt war ich bin ein grüner fehlt wo ist ja wir suchen mal ach nee in der mitte mit dem mittag runtergefallen ok gg habt ihr noch was zu sagen dass man screen machen bärchen screen dass ich noch dazu steht hier machen nicht auf die bank die bank nicht 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 nicht